Hallo meine lieben und herzlich willkommen zurück zu raft wir gehen eine runde schwimmen aber nicht weil schwimmen so geil sondern weil die sau so gefährlich ist ja wieder mit der angel schlagen schönen arschloch rein ja der kann nicht mehr viel denken fest wir nutzen das ja ja der kann nicht mehr weg mit dem geil leder nice ein holz hier mit licht mit bunten lichter können wir nicht hier bleiben die insel gefällt mir wir töten einfach alles was gibt's denn hier geile als ob es so ein shop ding ist was kann man hier machen handels posten du kannst ja handeln ja lol was tauche helm was das ist ja voll krass ich kann nichts verkaufen und ich kann nichts kaufen dafür sind die millwürfel herstellt und davon holt sie dann zum beispiel erst mal köder und diese sachen die du mit den angelködern fängst sind die sachen die du verkaufen kannst ich habe aber eine melone mit hier ist noch eine kokosnuss habe ich hinter dich ich sehe keine es war so ein box rezept erdbeckola da ich habe keiner hier ist so dunkel man sieht es gar nicht hier können wir jetzt gleich ein schaufel noch bauen ein bisschen schaufeln ja hier ein bisschen tauchen ich sehe den mich nicht Danke. Finde ich aber sehr cool, dass man den Heil nicht töten muss, wenn er nicht in der Nähe ist. Wäre halt voll blöd und so eine riesen Insel. Du bist auf der anderen Seite, der kommt halt immer wieder angeschissen. Das wäre echt nervig. So finde ich es echt gut. Ja. Oh krass, so eine verbesserte baut auch viel schneller ab. Heftig. Viel schneller. Crazy. Ich benutze erstmal noch meine alte fertig. Ja, nice. Das macht Spaß hier. Ja. Was ist das hier? Kupfer aufnehmen. Einfach hier liegen gelassen oder was? Hast du abgebaut? Aber war voll. Okay, abgebaut, ja. Wollen wir uns mal zum Boot zurück. Oh, ich bin auch voll. Diese Dings ist ja nur Deko, ne? Warzenschweinkopf und sowas. Ja. Ich habe sie jetzt einfach aufgesetzt auch. Ja, ich... ja. Du hast auch einen, ne? Dann lass ich... Erstmal fallen, ne? Ein bisschen Metallerz. Ich bin schon wieder gefressen, sonst kann ich mich schon wieder nicht bewegen bleiben. Ja, das ist schon fast zu spät, Scheiße. Komm schnell zurück. Ah. Aua. Wieder kein Sperr, ne? Oh nein, wenn die Vögel jetzt... Oh, das ist ganz schlecht jetzt. Ach, schaffst du es schon, wenn wir nicht wollen. Ne, ich kann nicht mehr laufen jetzt schon. Wir müssen später auch beachtet. Ja, aber ich schwimme einfach. Ich sehe, wo du bist. Ja. Ja. Au. Das ist nicht mein Ding hier. Au. 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 Ja, komm ich auch nicht hochgesprungen, ne? Ach doch. Ja. Was kriegst du denn? Nein! Oh! Junge Junge! Nein! Ich bin so schnell. Bist du da? Du hast da gehört. Du hast da gehört. Und so schnell hast du hier. Du hast es nicht. Du hast es nicht mehr. Ou hast du nicht mehr. Du hast es nicht mehr. Ja. Du hast du es nicht mehr. Untertitelung des ZDF, 2020 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 also wo wollte ich mir überbauen mit dem kletter hast du mir noch so eigene und dann kann ich die weiter schmelzen die steine auf ach die sind auch da ja das dem raum bringen die sind hier glaube ich die eigenen dinge na ja ich sehe es auch die ganze zeit er schadet aber auch manchmal ein bisschen blöde mehr auch ja ich muss weg oder die steine ja Trink einfach ein bisschen was. Ah, das wollte ich nicht. Rechtsklick. Jetzt E. Du kannst auch mehrfach E trinken, dann findest du deine Flasche ein bisschen mehr auf, aber das kann ich nicht mehr. Muss man neu reinfüllen, ne? Ah, ich bin gestorben, weil ich auf der Wettbewerbsschwelle war, ne? Ah, diese Viecher! Wenn ihr die Sachen aus dem Moment sterbe? Nein, also bin ich nicht aufliegen. Oh, ich muss das Radio ausmachen, ne? Ich möchte mich gerade... Ja. Ja, ich geh gleich Tau. Haben wir den Hain getötet? Nein, noch nicht. Weil der müsste nicht mehr so viel leben haben. Ich hab den gerade noch mal ein bisschen angegriffen. Neue Gesundheit. Danke. Ja, dann spring ich nochmal rein. Aua. Ich hab ihn. Nice. Ja, diese Steinviecher sind echt super nervig. Da darf ich nicht mehr nach. Neue Zürgen. Ach so viel leer ist. Ach so einfach追devilo. Dassten Datensetzung colonel Nachичего. Jäusesender Mariniumhofhofopf amplified. rot mode. 다시 zu schirmen, nicht mehr. ich kann leider nicht rauskommen zu richtigen hell ja brauchst du nicht alles gut ich mach so lange hier schmelzen solange kein heil kommt alles gut brauchst du steine noch nicht steine haben wir nur diese algen da mitnehmen silberalgen und dann können wir noch mehrere schmelzöpfen machen dann müssen wir nicht immer so lange warten jetzt aber auch geil dass du vergleichsweise viel einsamen kannst bis man denn war volles ja 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 die geile den geilen haken gegeben der super schnell und geil abbaut super gut auch richtig gut aushält es ist halb halb im arsch ja ja ich muss auch langsam zurückkommen sonst kann ich auch schon wieder nichts mehr machen man schwimmt ja man schwimmt ja auch langsamer ne ich glaube ja wobei weiß ich gar nicht ich glaube ich bin auch gar nicht voll krass Letztlich staggert alles. Staggt. Ich glaube der He is auch wieder zurück. Aua. Ich hasse es für. Du glaubst, der is zurück. Der is zurück. Definitiv. Könnt ihr natürlich noch mal töten. Wäre nicht schlecht. Guck noch mal ganz kurz auf der Insel. Wegen mehr Bäumen. Ich glaub ja noch nicht komplett abhundert. Ah. Oh, alter, die Wichser. Hey, ich meine natürlich die, äh, Bösen. Der wird 28 seetagen, glaube ich, das sind keine Ahnung. Ja, doch doch, doch. Das ist das mit Bang. Ah, parke hier in die Box. Das braucht noch Schaufel, so klar. Die Bolzen und Metallwanderung machen wir das noch. Dann darfst du mal gleich Schaufeln für mich. Dann darfst du mal gleich Schaufeln für mich. Überraschungen nehmen wir das noch mal. Kannst du noch mal sehen? Kannst du denn auch essen? Ich bin ruhig. Wegen, der ist doch da oben. Wegen, der ist doch lember. Wir haben wirklich keine Ahnung. Und was soll ich hier? Dann muss ich hier sein. Und ich bin dran mit. Muss ich jetzt warten, bis das hier voll ist, bis ich das nächste esse, oder kann ich es einfach essen? Du kannst es auch weiter essen. Ich muss auch gleich was essen. Jaja, ist noch drauf, da haben wir auch noch. Ah ne, gar nichts mehr da noch im Lager. Ja, klar, äh, ist noch, ja. Ja, das ist schon hart penetrant, die Viecher, du. I'm not gonna lie here. Aber wie geht's gut mit Essen trinken? Ja, mir klar auch. Das ist der Haiköpfe, der 5 Haiköpfe. Ja, der Seetan ist oben drin, ne? Ja, ja, ich war gerade so, bis wir noch im Metallbaden kriegen, damit ich keine Schaufel machen kann. Ach so, Ton habe ich hier noch, warte mal, wie fange ich das noch rein? Ja, kann er jetzt mal speichern. Oh, was hast du hier gebaut? Bunkgerät. Einen Empfänger, ja. Oder sowas. Aber wir brauchen noch Antennen und sowas. Und Batterien. Was? Okay, dann nehmen wir die Schaufel. Äh. Ja. Ja. Ja, ja, warte kurz. Ohne Sekunde. Hast du noch? Ich würde gerne das triggern mich. Hast du noch, äh, zwei, äh, zwei, äh, entweder Seil oder, äh, wie heißt denn das? Blätter. Naja. Was noch Blätter? Soll. Also, ja. Ja. Ja, reicht nicht. Scheiße. Ah, der acht sein, das ist aber auch so viel, ja, gut, scheiß so viel, war der Verzauung. Okay, dann. Seil. Ja. Seil. Seil, na wie? Ja. Drei mehr noch. Für, ich bin hier vorne, ist das, äh, letzte ab. Achso, ja. Lassen wir auch. Da auch mal. Lass uns gleich machen, weil wir haben ja jetzt gerade nur begrenzt. Ja. Ja. Warte mal, dann lass uns erstmal hier rein, lass erstmal Schluss mal an den Part. Okay. Äh, genau. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder zu Rap, denn hier ist noch Fleisch, wenn du noch essen willst. Ja. Speichere ich nochmal ab gleich. Gut. Mhm. Okay, dann, bis zum nächsten Mal Leute. Tschüssi. Tschüssi.